Alle wieder voll. Auf hier in den dritten Stock. Hoffentlich ist Login angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Der König verlässt sich auf uns. Metallner Rundschild, Verteidigung 1,5, Geschossablenkung 1,5. Schau ich doch mal gerade eben fix zu Alistar. Also, ich würde sagen, der hat eine bessere. Aber der hat ein 7,7 Schwert, da gibt es doch bestimmt eine Alternative. Großschwert, ja gut, diese Alternative bietet sich jetzt nicht an. Der hat Graueisen. Einen Ring kann ich dem verpassen. Ja, einen Ring kann ich ihn verpassen. Dabei bleibt es scheinbar auch Feuerblitz, Feuerpfeil. Feuerpfeil. Jetzt mal. Feuerschaden. Hallo? Jetzt langt er da war. 6,6. Was ist das denn? Ach, das sind Bolzen. Okay, ja. Das macht natürlich Sinn. Warte, dann krame ich mir das hier noch ein bisschen um. Denn das finde ich wirklich viel, viel praktischer. Ah, nee, halt, warte. Das mache ich so. Warte, dann habe ich nur einen Schlag. Oder einen Schuss. Egal. Ich werde da bestimmt noch weitere Schüsse freischalten. Ist ja nicht so, dass das der Einzige wäre. Oh. Ja. Hallo. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Freunde. Hallo. Hallo. Aber wenn es zu viele sind, dann muss man natürlich... Oh. Ich weiß hier mir einfach aus. Ich würd fast meinen, du brennst. Hoppala! Mein Magecam bekam ja gerade eine geballert. Ich muss mir dringend noch Feuerpfeile kaufen. Wenn ich wieder bei dem Typen im Lager bin. Als ich da jetzt nochmal zurückkomme. Oder irgendwo zumindest, wo ich Feuerpfeile kriegen kann. Müsste ja wohl irgendwo so einen scheiß Laden geben. Ein Waffenstämmer. Langbogenesche. Den hab ich zwar schon, aber ich nehm ihn trotzdem nochmal mit. Fünfundzwanzig. Zip. Fünfundzwanzig. Zip. Ach, das ist ein Genlock Alpha. Das ist auch so ein dicker Bord. Ah, jetzt hab ich keine. Oho. 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 Scheinbar muss ich hier doch ein bisschen mit unter die Arme greifen. Du auch. Du schluckst auch ein. Du schluckst auch ein. Wir wollen ja nicht, dass unsere Helden hier schon direkt am Anfang sterben. Tote Hunde. Wer hätte es gedacht. Oh man, hey. Das geht mir wieder so auf den Zeiger. Ah. Sehr schön. Verdammt. Das geht mir ja wieder so auf den Zeiger. Ich hätte mir die leicht zur Hilfe haben können. Aber es kommt. Ach, warte. Ich hab ne Idee. Wenn da jetzt so viele sind. Position halten. Wie immer. Alles voll auf dem Plan. Haha. Na komm. Haha. Wie gefällt euch das? Sicher sehr schmackhaft. Attacke. Aufi. Ah. Wenn Pläne doch recht gut klappen, dann ist das wirklich ein Segen. Du. Das ist meine Pfeile. Du Horlog. Oder Horlog. Der wird grad zerfleischt. Da helfe ich doch noch ein bisschen mit. Zack. Ja. Wie immer. Wie immer. Ist doch wirklich ein Segen mit diesen Hunden. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das war. Brillant. Sehr schön. Oh. Oh. Dieser Silberkelch. Ein Silberkelch. Kann ich ihn auch verschenken? Ne. Das scheint nur Verkaufsutensil zu sein. Was haben wir hier in dem Raum? Oh. Alle haben hier viele gepennt. Eine Kiste. Keine Truhe. Hatten die nicht eben alle einen Dot? Hat mich wohl getäuscht. Zack. Gib mir alle dein Geld. Kisten. Ach. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass hier überall Kisten stehen. Für die muss man ja keinen Schlossknacken studiert haben. Wie immer. Oh wei, wei, wei. Oh. Hunde. Feuer. Zack. Mit jedem Schlag, ja. Toll. Wenn ich bei jedem Schlag was mache, dann bringt es mir wirklich sehr viel. Ich habe aber jetzt nicht wirklich jeden Schlag frei. So eine dicke, fette Eisentruhe. Man weiß hundertpro, dass da was richtig Schönes drin ist. Und ich, ich kann es nicht benutzen, weil ich keinen Schlossknacken dabei habe. Ist das denn die Möglichkeit? Ja, sie ist das. Oberster Stock. Boah. 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 Hallo netter Ogre. Boah. Das ist gar nicht lustig. Was? Oh mein Gott, ey. Nein! 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 Ich bin nicht. Nein! Nein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh. Oh, oh, oh! Okay, gut. Okay. Okay. Ich bin nicht. Oh!